Ich begrüße euch zur neuen Folge Lufia 2. Im letzten Part haben Selan und der gute Maxim geheiratet und dann hat Edura, genau Edura heißt der ihr Kind gestohlen und jetzt sollen wir zum Leuchtturm im Norden kommen, dass wir uns das Kindheit wiederholen. Das ist ja interessant. Ich bin mal gespannt, ob er da jetzt wirklich ist oder ob es eine Falle ist oder was auch immer. Und vor allem, waren wir im Leuchtturm im Norden nicht schon mal? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ist ein bisschen länger her. So, ähm, wir gucken mal nach unserem, was wollte ich nicht, Kapselmonster, ob du mal es möchtest, was wir gerade haben. Nein, leider nicht. So, dann gehen wir hier hoch. Ich denke mal, der meint den hier oben, oder? Was anderes würde keinen Sinn machen. Ja, äh, ja, Nordleuchtturm-EG. War das schon immer hier? War mir das schon? Hey, ich weiß gerade gar nicht. Seit dieser seltsame, ähm, seit dieser seltsame Licht über den Turmflug können wir uns vor Monster nicht mal retten. Ja, das aber Edura. Komme ich hier so rein einfach? Ja, gut. Das ist dann nämlich nach einer verschlossenen Tür aus. So, jetzt haben wir hier zwei Wege. Scheinbar sind es aber nur zwei. Zeigt der Pfeil auf eine Tür, wird es, äh, wird sie sich öffnen? Glaube mir. Der Pfeil. Wahrscheinlich irgendwie das Ding hier. Sollen wir jetzt hier in einem Pfeil was denn, oder? Wie habe ich das zu verstehen? Dann mache ich das mal einfach so hier. Aber es zeigt ja dann auch keine Tür. Moment, nee, jetzt müsste. Moment, Moment, Moment. Das müsste eher so hier sein, aber nicht. So, das ist ein Pfeil. Ja, das ist, das ist hier wirklich so. Das ist interessant. Gut, dann gucken wir uns hier mal um, würde ich sagen. Da ist ein Gegner. Da ist noch ein Gegner. Da ist noch eine Tür gewesen. Verschlossen. Okay, bekomme ich wendlich den Schlüssel von irgendeinem Gegner? Oder muss ich erst in die andere Tür rein? Das wird sich gleich zeigen, denke ich mal. Ja, genau. Ja, okay. Aber waren wir hier wirklich noch nicht? Oder, 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 oder? Das, das verwirrt mich gerade vor. Ich dachte, wir wären an diesem Turm schon mal gewesen irgendwie. Aber gut. Ähm, interessant. So, anderer Gegner. Hallo. Du greifst erst an. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. So. Basuk fällt ab. Das ist doof, Basuk. Weißt du das? Das ist sehr, sehr doof. Aber gut. Was willst du denn gerade haben, du ja, Basuk? Ähm. Ein Minirock haben wir leider nicht, scheinbar. Das ist doof. Könnte ich ja irgendwann mal wieder alles kaufen. Und nein, wir haben den Schlüssel nicht bekommen. Okay. Jetzt stellt sie mir die Frage, ob wir noch irgendwo irgendwas ist in diesem Raum, oder ob wir halt wirklich erst in die andere Tür rein müssen. Ich gehe mal davon aus, wir müssen erst in die andere Tür rein. Ist noch irgendwas an diesen Säulen oder so? Ne, scheinbar ja nicht. Gut, dann gehen wir erst in die andere Tür, würde ich sagen. Ähm. So. Ne, äh, Quatsch. So. Äh. Äh. Da. Ach, ich bin doch dumm. Das hätte ich... Ja, das hätte ich mit dir nicht mehr machen sollen. Egal. So geht's ja auch. So. Dann. Moment, bin ich gerade doof? Nein, so ist das komplett falsch, ich Idiot. Äh. Äh. Ja, so hier. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwie. Wie auch immer. Moment, ne, ich bin dumm. Ich bin unglaublich dumm. Noch eins weiter hinter. So. Das war jetzt wieder ein Krampf. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Also, da ist ein Gegner. Und ist da oben noch irgendwas. Äh, ja, eine Tür. Und die öffnet sich auch, okay. Aber hier ist noch was in dem Raum. Deswegen gucke ich an dieses Rätseljagen. Keine Ahnung. Fragezeichen, ob es ein Rätsel ist. Scheint aber so. Auf das Wappen muss die Kiste, wenn du die Tür siehst und weg bist. Ach so. Ah, okay, das Ding macht's. Moment, kann ich diesen Block hier verschieben? Nein, okay. Dann muss ich das so hier machen. Moment, 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 so. Dann kommt das hier drauf, die Kiste. Und ich nehme das hier weg und packe das da hin. Aber das geht scheinbar nicht. Wahrscheinlich, weil ich, ähm... Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Kann ich dir einfach... Okay, da kann ich nichts draufwerfen. Das ist doof. Hm. Ja, gut. Die Kiste ist gerade ganz leicht im Weg, ehrlich gesagt. Kann ich die wegsprengen oder was in der Richtung? Keine Ahnung. Äh... Ich... Ich bin gerade wie immer zu blöd für... Oder Moment. Ich muss wahrscheinlich den Goblin darüber lotsen, oder? Kann das sein? Aber das wird so niemals klappen. Das wird einfach so niemals... Nein, nein. Der ist viel zu blöd dafür, um herzukommen. Das, das, das... Das wird so nicht klappen. Moment, doch, dann... Dann, dann... Ja, tschüss, würde ich sagen. Okay, die Tür geht nicht... Die geht so nicht auf. Ich hab... Ich hab wirklich keine Ahnung. Dann... Geh ich erstmal mal drüben lang. Wenn das... Wirklich... Mit dem... Goblin zusammenhängt... Kannst du mal... Irgendwie... Hier rüber kommen... Oder so... Ach, egal. Also, scheinbar... Kann man... Nee. Ich dachte gerade, man kann den irgendwie steuern, aber scheinbar ja nicht. So, was ist... Was ist denn hier überhaupt? Drei Truhen! Was zum Teufel? Äh... Was ist das? Okay, es ist wahrscheinlich einfach ein Rückweg hier. Weil ansonsten hab ich keine Ahnung, wie ich hier in den Teleporter kommen soll. Ähm... Ja... Gut. Hier ist nichts dahinter. Will ich immer mal prüfen. Nicht, dass ich irgendwas ver... Ach du Scheiße. Was ist das schon wieder? Irgendwas vergesse. Wo ist meine... Äh... Meine... Meine... Notiz hier, es funktioniert nirgends. Okay. Aha, das ist Memory oder was? So ähnlich. Moment. Da... Ich... Ach so, okay. Über die kann ich nicht laufen, über die auch nicht. Okay, alles klar. Ähm... Ich sag mal einfach mal hier. Okay, da ist es nicht alles klar. Was ist hier? Die waren irgendwo hier drüben, glaube ich. Kann das sein hier? Ja. Oh. Das hat sich da geöffnet. Super. Super. Die Note hat mir noch nicht... Ne, die sind nicht alle weg. Okay, ich glaub das Teil war hier. Ne, das war das Gegenteil. Aber ist das richtig oder? Ne, okay. Okay. Ihr Goblins, können euch bitte weggeben. Moment, war das Teil jetzt hier oben oder war das da unten? Ich glaub das war hier, oder? Ja, sehr schön. Okay, das... Oh, Mann, Goblin, geh weg. Ich hasse euch. Nervt. Ihr Orcs, Viecher, Goblins, Typen, was auch immer. Ihr seid ganz diszent nervig. Aber gut. Aber gut. Ich find's auch super, dass ihr nicht so starke Gegner seid, weil wir halt nur mit Seeland und Maxim hier sind. Das finde ich sehr nett vom Spiel. Hätten ja jetzt auch die stärksten Gegner sein können und die uns alle umbringen oder so. Könnt ihr bitte nicht meinen kleinen Freund umbringen? Toll, ist er tot. Ihr Mörder. Ich versteh übrigens nicht, wieso sie sich Seeland und Maxima nicht irgendwie Dekar oder so mit ins Boot gehören. Wir haben einfach so zu ihm gegangen sind. Oh, das war falsch. War's nicht hier? Ne. Einfach so zu ihm gegangen sind oder halt Geil oder so und gesagt haben, hey, Geil, unser Kind wurde entführt. Kannst du mitkommen, musst du retten oder so? Oder zu Dekar halt. Die sind nur Freunde. Das hätten die bestimmt gemacht. War's hier drüben? Ist hier irgendwas? Okay, das ist eine Treppe. Alles klar. Das hat man noch nicht, glaube ich. Doch, hat man schon. Das war mir klar. Okay. Die Note, die hat mir definitiv auch schon. Ich weiß noch nicht mal, wo die war. Ich glaube hier. Ne. Moment. Hier, dieses Feld. Was ist hier? Okay, hier ist die Note. Dann kann ich die aktivieren. So. Jetzt bleibt mir so viel übrig. Das Feld hat mir auch schon mal was. Hier. Ja. Hier ist das Feld. Das war hier unten. So. Und dann sind wir noch zwei übrig, oder? Wenn ich es richtig sehe. Sehr schön. Gut. Jetzt ist die Tür auf. Ja, okay. Dann. Geh jetzt mal hier lang. Wo bringt mir das hin? Okay, das bringt mich nach draußen. Diese komplizierten Türme immer wieder. So. Erster Stock. Ja, schön. Ist hier hinter irgendwas? Ich muss immer wieder nachgucken. Ich vergesse hier bestimmt so viele Sachen in diesem Turm hier. Ich sehe es schon kommen. Was ist das hier schon wieder? Scheinbar komme ich hier noch nicht weiter. Okay. Dann bin ich jetzt jetzt raus. Okay, okay, okay. Noch weiter hoch, würde ich sagen. Was auch immer. Okay, der Weg hat mich jetzt nur zum Schatz geführt. Zum Feuerring. Okay. Ist hier noch irgendwo an der Wand ein Geheimgang oder sonst was? Kann er sein. Wir kennen das Spiel inzwischen. Deswegen kann das immer gut sein. Aber nein, scheinbar nicht. Okay, okay, okay. Ja, der Feuerring. Haben wir nicht so einen sogar schon mal. Wir haben den Donnerring, genau. Ist der eventuell für dich, Maxime? Äh, nicht wirklich. Muskelring, was kannst du nur mal? Äh, erhöht im Kampf die Abwehr oder Abwehr, was auch immer ist. Ein mächtiger Feuerball trifft die Gegner. Ja, dann kriegst du das. Weil ich finde den Angriff ein bisschen besser. Er macht jetzt seinen Angriff um 10 runter. Das hat sich so viel. Das kann man auch irgendwie verschmerzen. Deswegen. Deswegen, lass einfach mal so. Okay, was ist... Ah, ich glaube, die Dinger, ihr kann nicht hochfahren lassen, dass ich damit einen Enterhaken rüberkomme, oder? Ich glaube schon. Also Greifhaken, Enterhaken, wäre es eine Zelda-Serie. Deswegen. Ja, okay. Ich glaube, das ist so möglich. Habt ihr eine Zigarette in der Hand, oder was ist das da? Was zum Teufel? Das sieht komisch aus. Erholung. Das ist nett von dir, lieber... Ich hatte den Namen vergessen. Aber auf Seeland wäre es deutlich effektiver gewesen. Aber gut, du hast wenigstens irgendwas gemacht, was mir geholfen hat. So, ja, genau. Das ist doch auch was wert, denke ich mal. Das ist doch auch was wert. Das ist ein Stachelstich. Ich bringe ihn nicht um. Er hat voll viel... Was heißt... Ey! Er hat voll viel Coolens dafür gemacht. Und du bringst einfach um, oder was? Dafür musst du nicht sterben, du blödes Stachelviech. Durstkrebs. Wow. Bester Name. Bester Name, okay. Und wundervoll. Also hier kann ich scheinbar noch nicht allzu viel machen in diesem Raum. Dann gehen wir nach unten und gucken uns den Rest hier an. Ja. So, ich bin hier noch voll verwirrt von diesem Turm. Wie immer halt. Wir haben schon wieder so viele Wege. Das ist halt so das Ding. Dann gehe ich die Treppe jetzt hier hoch, würde ich sagen. So. Wo bringt die mich hin? Ah! Oh! Das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, ja. Okay. Gut. Dann kann ich da jetzt wieder hingehen und diesen... diesen... Enterhaken-Punkt benutzen. Genau. So, das sollte doch mal irgendwie ein bisschen helfen hier. Geh bitte weg, du komisches Viechi. Ich habe keinen Bock, hier nicht zu kämpfen. So. Du bitte auch. Du Durstkrebs. Und dann kann ich jetzt... ähm... Darüber. Das ist super. Okay. Okay. Was haben wir hier schönes? Das ist ein komisches Pferd. Es geht. Na, okay. Das wollte ich nicht mehr, aber gut. Wow. Panzerpferd. Alles klar. Alles klar. Okay. Ähm... Ihr scheint auch sehr viel auszuhalten. Das ist ziemlich uncool, ich meine, ich bin. Geht doch nicht immer alle auf ihn. Und geht doch nicht immer alle auf Selan. Scheiße. Das ist irgendwie nicht so gut gerade. Äh... Selan. Du heilt dich mal wieder selbst. Ähm. Sonst geht das hier erheblich schief. Ja, wundervoll. So, Maxim greift an. Das war Wunderg... Äh... Das... Ich... 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 Ich wollte jetzt Wundergut sagen. Das war eine Mischung aus Wundervoll und gut. Wundergut. Ja. Okay. So schwer zu dir? Okay. Sehr, sehr schön. Okay. Ich sag... Ich sag... Ich sag... Ich sag viel zu oft. Okay. So. Ähm... Was ist hier. Nochmal so ein Pferde wie hier. Äh... Ich... Ich... Diese Stelle hier sieht man sehr bombig aus. Und da ist auch eine wirklich bombige Stelle. Nämlich die hier. So. Ich fälle die blieblich nur zum Schatz, oder? Ne, zum Hebel. Ah... Das ist noch ein Leiter jetzt. Okay. Alles... 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 Alles klar. Wow. Weil ich vor die Wand gelaufen bin, hat mich dieses Viehengen gegriffen. Okay. Gut. Das sollte nicht so laufen, aber gut. So. Okay. Das ist auch schon weg. Da ist es auch schon weg. So. Okay. Was haben wir hier noch so? Nix. Okay. Dann können wir da raus hier. Was haben wir hier? Ach... Die... Die... Die Leiter oder was? Was ist hier? Okay. Ich denke mal... Ja. Was... Was... Was besteht hier? Ein Krug auf jede schwarze Wappen. Dann geht es weiter auf Schusters Rappen. Aha. Oh Gott. Das sieht schon wieder interessant aus hier. Ja. Ach. Ich hätte... Oh. Ich hätte mir wahrscheinlich merken müssen, welche Fälle davon schwarz sind. Oder warm. Und die einfach folgen müssen, oder? Ich glaube schon. Das... Ja, gut. Das ist... Können die nicht wissen. Ähm... Okay. Die... Die beiden. Ich glaube, ich weiß, welche es sind. Ich glaube, es war... Das hier und das daneben. Das hier. Richtig. Sehr schön. Und die haben wir eigentlich... Oh, der... Der... Der Schüssel. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Was ist das hier hinten? Sieht komisch aus. Explodiere bitte. Okay. Ähm... Gut. Ach, und der bringt mich jetzt bestimmt runter, oder? Ja, das habe ich mir nicht gedacht, dass es so ein Rückweg hier ist. Gut, ich will aber trotzdem noch hinten an die Truhen drankommen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Goblin, kannst du bitte mich nicht nerven? Jetzt hier klar, das wäre voll cool von dir. Ach, egal. Ähm... Irgendwie... Das hat doch bestimmt mit dir zu tun, oder? Komm mal mit... Komm mal irgendwie mit hier und... Folge mir. Komm... Ich muss nicht bestimmt auf diesen... Ding zu tragen. Auf dich halt so. Komm mal hier rüber, Goblin. Das muss doch irgendwie möglich sein. Kann ich die Kiste von hier schieben, oder was ist das in die Richtung? Das ist doch... Ich, 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 ich verstehe dieses Rätsel hier nicht. Das ist komisch. Gerade. Ich muss doch irgendwas mit dieser Kiste, ähm, mit diesen Steiner machen können. Der ist gerade ein bisschen im Weg. Aber auch nur ein bisschen. Ähm... Ich lese nochmal die, die Rätselbeschreibung durch hier. Auf das Wappen muss die Kiste. Wenn du die Tür siehst und weg bist du. Ja. Auf das Wappen muss die Kiste. Das, 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 das kann ich da halt nicht hinwerfen. Das ist mein Problem, das ich hab. Ich muss irgendwie... Kann ich das, kann ich das Ding da irgendwie wegkriegen? Ich hab doch keine Ahnung. So nicht. Kann ich an die Kiste ranziehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Das ist doof. Doof. Ich war... Hä? Ich bin grad so blöd für dieses Rätsel. Auf das Wappen muss die Kiste. Und so hier geht's ja auch nicht, weil ich halt das Feuer draufpacken muss irgendwie. Ist hier irgendwas oder so? Das sieht mir auch so komisch aus, zu dieser Stelle, weil da keine Bodenplatte ist. Nein. Was passiert, wenn ich so eine Kiste sprege? Dann bin ich einfach weg. Okay. Hätte ja sein können, dass sich dann mehrere Kisten aufteilt und ich so das Rätsel löse. Genau. Ähm... Ja. Dann hat das bestimmt was mit diesem Goblin zu tun. Was passiert, wenn ich dich besiege? Komm mal her. Komm mal her. Was passiert, mein Freund? Ein Riesen-Org. Alles klar. Was passiert, wenn ich dich besiege? Kommt dann irgendeine nächste Kiste aufgeploppt oder... Ich... Ich... Ich muss hier das Rätsel lösen können hier. Das kann's doch nicht sein. Ich schau auf, um zu schocken. Ich... Ich... Ich bin grad... Komplett dumm, glaube ich. Wahrscheinlich ist die Lösung ja mega offensichtlich und ich wäre einfach nur doof. Ich werde es mit euch. Es wäre ja so typisch. Ich kann halt hier auch einfach nichts machen oder so. Ich kann die auch nicht irgendwie auf die... Stacheln werfen hier. Ne, ja, es ist... Es muss erst drauf, wenn... Die Tür sichtbar ist. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung gerade. Ich bin so blöd hierfür. Ich kann ja auch nichts in dieser Kiste machen. Das ist das Ding. Da steckt doch irgendwas dahinter. Auf das Wappen muss die Kiste, wenn du die Tür siehst und weg bist. Ja, das geht aber halt nicht so einfach. Das hat doch bestimmt, was man in den Goblin zu tun... Du kannst... Du kannst doch nicht... Nichts... Nichts... Nichts erzählen spielen. Es hat doch 100 Pro, was man in den Goblin zu tun. Oder... Ich... Ich... Ich wette es. Ich muss den da bestimmt auf den Scheiler draufstellen. Und dann mit einem Pfeil anschießen, dass er da bleibt. Komm... Komm hier rüber, Goblin. Komm. Bewegt dich einfach rüber. Bitte. Das wäre voll cool von dir. Nein, falsche Richtung. Na, komm, Mann. Kann man das Rätsel auf irgendeine Weise lösen? Ich bin gerade halt echt zu blöd dafür. Ich müsste... Kann ich den... Ne, wenn ich sie mit dem Interhaken treffe, dann... Ist er ja paralysiert und ich kann nicht irgendwie ihn mitziehen oder sonst was in der Richtung. Komm mal her, ich will mal probieren. Oh! Ach, komm, Goblin. Es ist dein scheiß Ernst hier. Ah, das wollte ich nicht. Oh, Mann. So. Ich habe den Kammerfeld rausgeschnitten. Ich... Ich... Ich verzweifle ich ja gerade ein Rätsel. Wie soll man das denn hinkriegen? Moment. Wir gucken uns das mal an. So. Also. Wir haben hier drei Kisten hier. Ja. Gut. Äh. Äh. Moment. Was würde passieren, wenn ich einfach mal eine Kiste hier vor die Tür lege? Wird die dann jetzt einfach zerstört, wenn ich hier eins wegnehme oder so? Moment. Guck mal, das glockt da so ein bisschen ab. Dann nehme ich jetzt den hier weg. Ja, guck mal. Das... Das funktioniert so. Oh, was ist das für ein Rätsel? Der ist auch mal wieder richtig cool. Der ist auch mal wieder richtig cool einfach. Ganz ehrlich. Irgendwie... Kommt man da nicht wirklich drauf, aber es ist auch irgendwie voll cool. So. Jetzt haben wir ganz viel Saft bekommen und gucken, was der alles bringt. Was für das Kapselmonster gerade haben. Du möchtest einen Kampfmesser, habe ich nicht. Ähm. Ausrüsten, bitte. Also, Maxime. Kannst du das Schild da bekommen? Du kannst nix. Und das ist auch nicht so gut, bis auf die Abwehr. Und du kannst dich ausrüsten. Ja, dann kriegst du das nicht. So. Hier haben wir den Wunderring auf jeden Fall bekommen. Hey, vielleicht. Oh. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig cool. Dann, dann, dann packe ich ihn rein. Dann packe ich ihn definitiv rein. Und was hat man jetzt noch bekommen? Er hat noch irgendwas bekommen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Das ist gerade doof. Kannst du irgendwas cooles noch bekommen? Ähm. Haben wir eigentlich auch mal was cooles. Kopfnuss, die den Gegner mit doppelter Kraft trifft. Wirksam gegen den starken Gegner. Eventuell kann ich den hier reinpacken oder so. Was soll ich wie? Vielleicht geht es an einer Kältewelle. Äh. Erschauer. Äh. Erschauer. Ja, in Deutsch. Ja, keine Ahnung. Muss ich nochmal überlegen. Äh. Ja, ich würde auch sagen. Wir sind. Ich kann nicht mehr reden. Sorry. Wir sehen uns im nächsten Part von Lufia. Äh. Zwei wieder. Wo wir dann. Äh. Äh. Ja. Den Schlüssel benutzen werden. Und somit dann in den nächsten Bereich des Turms kommen. Genau. Gut. Bis dann. Ciao. Euer Viro. Tschüss.